Tag zusammen, wir hatten jetzt ein paar Leute im Podcast, die selbst auch einen Podcast haben. Haben wir euch immer ordentlich verlinkt drunter. Und im Nachgespräch ging es oft nochmal um das Thema Mikrofone. Die Gäste haben uns gefragt, hey, welches Mikrofon eignet sich denn gut für einen Podcast? Welches Mikrofon eignet sich dafür, um draußen aufzunehmen? Und wir haben da einen ganz guten Tipp für euch. Und zwar das Shure MV7 Podcast Microphone. Das ist nicht nur ein sehr gutes Mikrofon, sondern es hat auch ein eingebautes Interface. Sprich, ihr könnt es direkt per USB anschließen an euren Laptop und müsst nichts weiter bedenken. Plug and Play, genauso wie es sein soll, dann noch in hervorragender Tonqualität. Wir sind begeistert. Vielen lieben Dank Shure. Viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück, endlich bei eurem Lieblingspodcast Live After SAE is Back. Wir sind nicht verschwunden. Wir haben das allererste Mal ausgesetzt, seit über zwei Jahren, aus gesundheitlichen Gründen. Cody, was war los? Ja, also wenn man ungefähr anderthalb Wochen einfach gar keine Stimme hat, ist gerade das Medium Podcast schwierig zu gestalten. Also wir entschuldigen uns, es ging wirklich nicht. Normal haben wir immer eine Folge für euch, aber wenn man tatsächlich keine Stimme hat, dann kann man einfach nicht podcasten. Und wir versprechen euch, es kommen wieder herrliche neue Folgen und wir machen das mit gutem Content wieder gut. Auf jeden Fall. Da sieht man ja auch, wir produzieren gar nicht so viel vor. Wir senden hier fast immer live. Es ist nicht so, dass wir eine Pipeline von acht, neun vorproduzierten Shows haben und dann halbwegs ja nichts tun. Nein, wir senden fast immer live. Genau. Und ja, so sitzen wir heute hier mit unserem Kollegen, Kumpel, Gast Florian Gutzi. Herzlich willkommen in der Show. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hi. Du kommst von der SAE Bochum, richtig? Kann das sein? Genau, richtig. Aber da kennen wir uns auch alle. Stell dich doch einmal kurz vor mit unseren drei großen Fragen. die du wahrscheinlich schon kennst, die da lauten. Wer bist du, was machst du und warum machst du das? Ja, ich bin Florian Gutzihan, bin freiberuflicher Tontechniker und Filmemacher und mache das, weil das einfach das Geilste auf der Welt ist. Zack. So. Das war's mit live after SAE. Vielen lieben Dank. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Nein, Quatsch. Also ich habe direkt einen Widerspruch gehört. Ton und Film gleichzeitig. Ja. Darüber müssen wir reden. Wie ging es los bei dir? Wann warst du an der SAE und was ist dann passiert? Ähm, ich war bis Anfang 2019 am SAE, habe Ton studiert und, äh, habe schon in meiner Studienzeit immer mal im Setton reingeguckt und ein, zwei Projekte gemacht. Und nach der SAE-Zeit habe ich mir dann einen Nebenjob gesucht und relativ viel live gemischt und, äh, Bands gemixt. Dann kam Corona. Ähm, alle Live-Jobs waren weg und ich habe mich ein bisschen umgeguckt, bin so ein bisschen in die Livestream-Industrie gekommen und, äh, mehr in den Filmbereich gerückt. Ja. Und jetzt mittlerweile mache ich auch Licht- und Kameraarbeit. Wie man, äh, wenn man dir auf Instagram folgt, sieht auch sehr umfangreich und auch sehr, sehr professionell. Du hast wie wir alle drei Audio studiert. Ich habe allerdings keine Ahnung von, also sehr wenig Ahnung von Filmen. Wo, wo, wie bist du zu dem Knowledge gekommen? Wie hast du dir das alles drauf geschafft? Ich finde das wahnsinnig beeindruckend. Ja, also ich war, ähm, in meiner Studienzeit an den ersten Sets und habe da halt coole Leute kennengelernt. War dann auch außerhalb von der SAE immer wieder an Sets. Und dann mich mehr für andere Technik auch interessiert. Kameras, Licht und, 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 äh, zugeschaut, wie anderen das gemacht haben. Mitgeholfen, wo es ging. Ja, und so kam das nach und nach. Also wenn du sagst, äh, zugeschaut, wie andere das gemacht haben, können wir vielleicht mal kurz einen kleinen Link machen. Äh, du bist ja auch sehr gut mit den Jungs von Flowing Motion, äh, darauf zu sprechen, glaube ich, oder? Oder zumindest, äh, hast du, oder hattest du mal auch ein Studio bei denen im Raum, in der Räumlichkeit? Das habe ich sogar mal gesehen. Da ist mir direkt deine Alarmlautsprecher aufgefallen. Ähm, wie ist denn das zustande gekommen? Also wahrscheinlich, ne, ihr wart Kommiliton. Das sind beides zwei Filmer. Du bist Audio. Und, ähm, ich schätze mal, ihr habt zusammen auch an Projekten gearbeitet. Vielleicht hast du da schon Sounddesign gemacht oder Boom. Und konntest wahrscheinlich dann auch schon sehen, wie die Jungs mit den Kameras arbeiten. Äh, war das so? Und wenn ja, erzähl doch mal, wie das dann so gekommen ist. Ja, genau. Also wir hatten immer wieder mal Projekte gemacht, ähm, und dann hatte der Marvin mich irgendwann mal gefragt, yo, wir ziehen jetzt ein neues Büro und hätten noch einen Platz frei. Hast du Bock? Wir sehen dich da, also bei dir läuft's gut. Ja, dann habe ich gesagt, alles klar, mach ich. Ähm, hat sich dann relativ schnell wieder getrennt, weil ich für mich einfach gemerkt habe, das Büro hat sich für mich nicht gelohnt. Ich war nur bei Filmproduktionen on tour, habe keine Post-Production gemacht. Und ja, dann haben sich die Wege da wieder getrennt, aber wir arbeiten immer noch viel zusammen und verstehen uns super. Ja, ja, klar. Ähm, ja, finde ich, ja, sorry Cody, wolltest du was sagen? Ne, äh, alles gut. Finde ich, äh, einen spannenden Move, weil wir sind alle Audio-Leute, zumindest im Herzen. Und, äh, ich könnte es mir echt nicht vorstellen, in einen Film rüber zu gehen, weil, äh, ich wollte immer, ne, wie du das ja auch anfänglich dann gemacht hast, die Mucke mischen und irgendwie da in der Szene arbeiten. Ähm, klar, dann kam Corona, da musste man sich umgucken und, äh, viele wie ich auch haben sich dann noch ein zweites Standbein irgendwie auch in der Branche aufgebaut. Ähm, war das dann für dich niemals mehr eine Option zu sagen, ich konzentriere mich nur auf Bands? Oder hast du vielleicht gesehen, da schrumpft der Markt gerade so stark, ich muss was anderes machen. Ähm, wieso ist es dann gerade Kamera geworden und nicht vielleicht noch ein anderer Bereich im Audio? Ähm, ja, also ich finde es schon immer sehr schwierig, äh, die meisten Bands, die was machen wollen, haben kein Geld. Wir müssen irgendwie davon leben, ähm, live kann man das machen, aber gerade zu dieser Zeit jetzt sehr unsicher. Äh, ich mache immer noch Live-Jobs, ich mache immer noch hobbymäßig viel Musik und mache auch was mit Bands, mache auch sehr gerne Musikvideos und so schließe ich der Kreis für mich. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, ähm, von Technik bis Musik, alles dabei. Finde ich spannend, ähm, können wir mal direkt vielleicht direkt so heiß drüber diskutieren. Du sagst, da ist jetzt gerade live gar nicht so viel los. Wir hatten, äh, am 31. August Folge 63 unseren guten Kumpel Sascha Parmann in der Show. Der ist heftiger, großer Live-Mensch und der hat, äh, genau das Gegenteil behauptet. Und jetzt finde ich das interessant, dass du sagst, da ist nicht so viel los. Ja, ähm, weil der Meinung, ähm, es sind ja viele Leute abgesprungen, deshalb gibt es jetzt wenig Live-Menschen, wenige FOH-Techniker und, ähm, du kannst relativ schnell an einen Job kommen und auch einen guten Tagessatz abrufen. Ähm, aber scheinbar hast du eine ganz andere Erfahrung gemacht, oder? Ähm, mittlerweile wieder ja. Äh, ich habe aber auch letztes Jahr immer wieder FOH-Jobs angenommen und auch zum Teil gemacht. Nur, da war die Sicherheit nicht mehr so da. Wenn ich für einen Dreh gebucht werde, findet der Dreh zu 95% statt. Wenn ich letztes Jahr für einen FOH-Platz gebucht wurde, waren das eher so 50%. Und, äh, so ein bisschen Sicherheit ist auch schön. Ja, absolut. Absolut, absolut. Wie gesagt, äh, bei dir, wir müssen sagen, die Recherche war gar nicht so leicht, weil du hast hauptsächlich Instagram. Das pflegst du allerdings sehr gut. Wir haben uns natürlich ordnungsgemäß einmal durchgearbeitet. Und du kommst ja echt rum, ne? Also man sieht, du bist viel lokal unterwegs, ne? Du machst viel Lokalfilm-Sachen, spannende Sachen. Du warst jetzt mit den Höhnern unterwegs, das ist für die gefilmt. Aber du warst auch jetzt in Schweden. Du warst auch auf dem Matterhorn. Äh, also warte mal, du sagst das so leicht weg mit den Höhnern unterwegs. Lass das ganze Ding mal aufrollen. Ja, genau, das möchte ich nämlich machen. Genau, das möchte ich nämlich machen. Wie passiert das alles? Also wie bist du reingewachsen in die Rolle, wo du jetzt bist? Wie ging das los? Das war so das erste Ding. Boah, ähm, ein guter Kumpel damals von mir hat mich gefragt, äh, bei einer Live-Show, wo ich Ton gemacht hab, ob ich mich auch mal an der Kamera sehen würde oder ob ich da mal einfach unterstützen könnte. Und dann hab ich gesagt, joa, zeig mir das einmal, dann krieg ich das hin. Immer wieder gemacht und gemacht. Und, äh, ich glaub, wenn man die Jobs mit Herzen macht und, ähm, sein Bestes gibt und wirklich einen guten Job abliefert, wird man auch immer wieder gebucht. Aber, also, man muss ja schon ein Gespür für Bild auch mitbringen, ne? Also, einfach draufhalten und auf Rack drücken, damit ist es ja nicht getan. Ähm, hast du dich vorher schon damit beschäftigt? Ähm, so eine gewisse Bildästhetik, ein Drittelregel kenn ich sogar, ne? Solche Sachen, das musst du ja schon so ein bisschen mitbringen. Äh, geschweige denn die Postproduktion, sich dann auch nochmal da was reinziehen. Da Vinci Resolve oder wie die ganzen Sachen heißen. Ähm, kam, wie kam das denn dazu? Also, hast du doch nicht einfach schon... Ja, ähm, also mittlerweile hab ich mich damit auch beschäftigt, aber gerade die Anfänge waren eher so, okay, wie würde ich es jetzt gerne auf der Leinwand sehen? Wie würde ich es im Kino sehen? Wie würde ein Kinofilm das machen? Okay. Und das hab ich einfach versucht nachzuimitieren und das mit Erfolg, würde ich sagen. Ja, aufsichtlich. Sehr, sehr erfolgreich. Jetzt, äh, will ich nochmal auf das Mobile zu tun kommen, weil das, das find ich auch cool, wie funktioniert das alles über, über alte Kollegen und Kontakte, dass du dann auf einmal nach, nach Schweden, was hast du in Schweden gemacht? Das musst du jetzt einmal erklären. Ich fand das total interessant. Ähm, Schweden, muss ich sagen, war sogar noch ein Studentenprojekt. Ach, krass. SAE-Studentin. Na klar. Ähm, und das mach ich wirklich noch ganz selten ab und zu, wenn ich sag, das Projekt ist cool, das, äh, bringt mich voran, ich kann da irgendwas cooles machen. Oder komm rum, was halt auch super viel Spaß macht. Okay, und da, was, was war denn das Projekt? Ein Kurzfilm? Oder was habt ihr da gemacht? Ja, also ein längerer Kurzfilm, ich sag mal so Richtung, äh, 45 Minuten und da hab ich dann den Job vom DUP übernommen. Oh. Also direkt DUP ist aber auch nicht schlecht, ne? Okay. Also okay, ich will das verstehen. Also du hast dann mit einem Kumpel, der hat dich eingeladen, hey, äh, du bist Tonmensch, kannst du dich auch in der Kamera sehen? Da hast du gesagt, ja, ähm, hast dann wahrscheinlich einen Auftrag von ihm bekommen, ein Event zu filmen? Was war das denn live auch schon was? Oder was war dann so einer deiner ersten Gigs durch ihn? Ähm, das war ein wirklich sehr dröger Livestream für eine Firma, die Software für Banken herstellt oder programmiert. Ah, das hab ich sogar gesehen, ja. Genau, und in diesem Livestream war dann so, ja, wir haben hier noch zwei Kameras, kannst du dir auch dran? Okay. Okay. Dann hast du, habt ihr die Kameras aufgestellt, äh, wahrscheinlich dann irgendwie per Multicam, äh, verschiedene Setups gehabt. Also ich hab dann geholfen, Kameras mit aufzubauen, äh, Licht mit eingeleuchtet. Eigentlich haben wir alles zusammen gemacht, ähm, ja, und dann wurde das immer mehr und mehr. Sehr gut. Jetzt mach ich das, was ich so mach. Da wird man ja auch direkt zur Allzweckwaffe, ne? Wenn du Ton eh schon drauf hast, dann kannst du auch dafür sorgen, dass diese ganzen halligen Interview-Situationen am Ende vielleicht dann doch noch angenehm klingen. Ja, das ist richtig. Ja, sehr gut. Ich glaube, das ist auch gar nicht so selten einfach, weil, ähm, natürlich zur Peak-Corona-Zeit, die wir ja zum Glück hinter uns haben, war ja nur Livestream aus dem Nichts das Maß der Dinge. Auf jeden Fall. Ne, aus dem Nichts haben alle gelivestreamt, egal ob das Bands waren oder irgendwelche Firmen oder, ihr könntest ja keine Veranstaltung mehr machen. Alles war online und, ja, ich mein, wie war denn das? Ich mein, ich hab's zum Beispiel nicht genutzt, da war ich mich schon angestellt, aber wie ist denn das? Hat man da auch gesehen, ach, da könnte jetzt eine Chance sein, sich da so eine Nische zu holen, so ein Livestream-Guide zu werden? Das für mich gar nicht. Dafür wäre für mich die Arbeit auch immer wieder zu dröge, weil es halt sehr oft langweilige Themen sind oder wirklich nur Firmen, die sagen, wir machen jetzt unsere Jahresversammlung im Livestream oder stellen Projekt oder Produkt XY vor. Aber bei mir war's einfach dann, alles klar, da sind jetzt gerade Jobs da, ich werd dafür angefragt von Firmen, von Produktionsfirmen, geh ich hin. Wie funktioniert die Anfrage? Googlen die einfach Guzzi und finden dich oder wie machst du Akquise? Das find ich total interessant, weil du bist wahnsinnig umtriebig und was wir nämlich gemerkt haben, du hast auch, und da wird Glenn mir zustimmen, das wollten wir auf jeden Fall Anfrage, du hast jetzt keine klassische Webseite, du hast jetzt nicht so eine schillernde, extrem breit gestreute Internet, du hast ein sehr gut bespieltes Instagram und irgendwie bist du sehr, sehr umtriebig. Wie funktioniert Akquise bei dir? Akquise betreibe ich selber eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Das meiste ist wirklich Mund-zu-Mund-Propaganda. Also der eine sagt, der hat einen guten Job gemacht, kann ich weiterempfehlen, bucht den oder schickt mich da allein hin und man lehrt neue Leute kennen, immer weiter und weiter. Und so kommt man auch immer weiter in Deutschland, Europa und und rundherum. Ja, das ist immer interessant, find ich total gut, das ist ja irgendwie so die beste Werbung, wenn du auf Empfehlungen an jemanden kommst. Aber ich find gerade als Freelancer, das kenn ich ja auch, muss man vorsichtig sein, dass man nicht in diesem Word-of-Mouth-Trap gefangen ist, weil wenn es dann irgendwann sich nicht rumspricht oder du halt immer nur dich in einem gewissen Circle bewegst, dann kriegst du nur so viele Aufträge bis keine oder auch nur Image-Filme oder weiß ich nicht, ein bestimmtes Genre und also ich muss auch dafür sorgen, dass ich schon noch an neue Leute komme. Macht man auch ungern oder man kann das auch auf angenehme Art und Weise machen, man will sich jetzt nicht verkaufen, aber ich muss auch gucken, dass ich nicht nur mich darauf verlasse, dass jetzt die Künstler oder irgendwelche anderen Leute, für die ich arbeite, meinen Namen dann weitergeben. Machst du das trotzdem gar nicht? Genau, also ich find, man muss versuchen, auf allen Kanälen irgendwie die Augen offen zu halten. Was ich gerade für Filmemacher und auch Tontechniker empfehlen kann, sind ganz einfache Facebook-Gruppen, so oft, dass Anfragen kommen, ey, wir brauchen heute einen Tontechniker, wir brauchen da einen Kameramann, das und das, sind nicht immer die geilsten Jobs. Ich hab dieses Jahr ein Beispiel gehabt, da war eine Anfrage, kann ich 200 Kilometer von hier zwei Tage E-B-Ton machen. Klang erst mal komplett uninteressant. Ich hab gesagt, ja, ich hab da Zeit, das ist mein Satz, ich bring Technik mit. Und, ähm, ja, aus einfach nur zwei Anstecker und einer Angel wurde dann auf einmal, wir haben vier Angeln, wir haben noch mehr Anstecker, wir haben nebenbei noch einen Simultanübersetzer, der muss aufs Ort zurückgeschickt werden. Oh! Und das war dann auf einmal eine große Produktion. Also wirklich, ähm, das hat sich dann die zwei Tage, also es lief alles die zwei Tage, die waren super happy, dass alles funktioniert mit Simultanübersetzung und, und, und. Und dann war direkt die Frage, ja, äh, wir drehen jetzt noch drei Tage in München, kommst du mit? Und dann aus drei Tagen München wurde auf einmal noch, kannst du in einem Monat zwei Wochen mit nach Frankreich kommen. Und immer mehr und mehr. Genau, alles mitgemacht, äh, wir waren jetzt noch mal eine Woche in Frankreich, das Projekt wird nächstes Jahr noch weitergehen, das ist, ähm, eine Dokumentarserie über eine Anti-Immunkrankheit, komplett gefördert und bezahlt und die sind jetzt gerade dabei, die Serie zu verkaufen. Und das ist nur entstanden, weil du in der Facebook-Gruppe gesagt hast, ach ja, guck mal, hier kann ich. Genau, richtig, ähm, da war noch die Sache, ich hab halt direkt ein Angebot geschrieben, also, erste Nachricht war ein Bild von mir mit dem Angebot, da kann ich, das ist die Technik, die ich mitbringe, das ist mein Preis und da hat der direkt gesagt, jo, das war super professionell, du warst der Einzige, der nicht erst telefonieren wollte oder irgendwas wollte. Mega. Ja, wenn er dann einfach seine Zahlen rausgehauen hat, ja. Boah, sehr gut, einfach straight bleiben. Und dann hat's halt menschlich auch gepasst. Ja, klar, das ist auch nochmal wichtig. Ja, das, äh, ja, also hast du ja dann echt einen Fisch gefangen, Glückwunsch. Ähm, trotzdem, das ist noch vielleicht so ein kleiner Tipp, ähm, der eigentlich ganz gut funktioniert, das kennen wir alle, ähm, Google Business Listing kann ich direkt ganz kurz loswerden, weil du hast ja viel Kontakt zu ganz vielen Leuten und ich hab das auch gemacht, ähm, hab mir so ein Google Business Listing erstellt, das ist das, wenn man jetzt den, zum Beispiel, Guzzi bei Google eingibt, dann sieht man rechts neben den Suchergebnissen, ähm, den Ort, wo dann die Firma, Guzzi, sich befindet, ein paar Bilder und vor allem Bewertungen, Rezensionen. Das kennen wir ja auch, wenn wir jetzt ein Restaurant buchen, dann guckst du natürlich auch nach Bewertungen und, ähm, ich stell mir grad vor, weil du kennst ja mehrere hundert Leute wahrscheinlich, äh, mehr sogar. Wenn du die einfach mal nett fragst nach so einem Dreh, hey, wie hat's dir gefallen, kannst du mich mal bewerten, mach ich auch so. Auch das muss nicht komisch sein und dann hast du halt ein schickes Listing und wirst auch nochmal besser gerankt im Google-Jargon. Genau. Und das wäre vielleicht mal ein cooler Tipp? Also das würde ich auch jedem empfehlen, ähm, gibt's sogar bei mir. Ah, okay. Wenn man Guzzi, Audio-Internationen, Filme eingibt. Okay. Es ist halt immer die Frage, von wem man gebucht wird, ob man vom Endkunden gebucht wird, der dann sagt, wir wollen Image-Film haben, der googelt halt einfach nach Filmproduktion. Die meisten Produktionsfirmen googeln aber jetzt nicht nach Tontechniker oder so. Ja, okay. Das ist halt so die Sache. Dann ist das nicht so ganz dein Markt, ja, okay. Genau richtig. Was aber vielleicht noch werden kann. Ja, ich würde die Dinger trotzdem sammeln, die Rezensionen. Ich meine, Schaden kannst du nicht. Genau. Sehr gut. Weil du gerade sagst, du entwickelst dich weiter. Gibt's da was, was du erzählen möchtest? Also was sind die Zukunftspläne aktuell? Ja, ich hatte jetzt dieses Jahr gerade ein Riesenwachstum und das will ich für nächstes Jahr weiter mitnehmen. Mittlerweile kann ich nicht mehr alleine alle Aufträge abdecken, deswegen würde ich gerne gucken, ob ich mir vielleicht einen Praktikanten dazu hole, der was lernen will, der fit sein will und vielleicht dann sogar mit einer Aussicht auf eine Anstellung. Und dann werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich nicht nur als Dienstleister zugebucht werde, sondern komplette Produktionen anbiete. Jetzt machst du ja Audio und Video, also du bist irgendwie so die Allzweckwaffe, das Schweizer Taschenmesser in beiden Bereichen und wahrscheinlich willst du es auch genauso durchziehen oder sagst du, ich will nochmal wirklich nur den Fokus auf einen von diesen beiden Teilaspekten legen oder sagst du nicht, ich muss beides immer können? Also ich möchte auf jeden Fall so beibehalten, dass ich beides immer können, können würde, könnte. Die Sache ist nur, gerade in unserer Branche, man muss sich irgendwann spezialisieren. Man muss sagen, man macht Ton, man macht Kamera, sonst ist man irgendwann der, der alles macht, aber nichts richtig. Deswegen gerade auch die Umstrukturierung, dass ich gucken will, dass ich ganze Produktion machen will, ich will nachher ein Augenmerk drauf haben, läuft alles und dann selber vielleicht auch noch auf Jobs gehen und sagen, ey, ich mache jetzt nur Kamera oder nur Ton. Ah cool, also dann, das klingt ja dann auch schon irgendwie so mehr nach der Business Schiene, hört sich doof an, aber so rausgesoomt, dass du halt irgendwie von oben ein bisschen kontrollierst und verteilst. Genau, richtig. Und deine Mitarbeiter kontrollierst, ja. Ach krass, ist ein cooler Step. Absolut, ich meine, das ist natürlich auch abzuwägen, ob man sich jemand anstellt oder ob man natürlich, ich meine, das ist ja das Schöne nach der SAE, davon profitieren wir auch alle, wie wir hier sitzen, dass man auch viele Freiberufler kennt, ne? Also wenn ich jetzt irgendwas, wenn ich eine Produktion hätte oder so, dann wüsste ich halt für einen Fotograf, für einen Filmer, für dies und das und jenes, wüsste ich halt jemanden, ne? Genau, richtig. Das hilft dir ja sicher auch. Wenn man immer drin war und das Wichtigste ist halt, dass man drin ist, dass man 110 Prozent gibt während des Studiengangs, danach, damit man den Anschluss dann nicht verliert und dann lernt man Leute kennen. Ja. Kennt schon Leute und das bleibt dann auch so. Man darf halt nur nicht weg sein. Ja, exakt. Also anschließen und zu Hause seine Beats bauen, bringt einen gar nicht weiter. Das stimmt. In your face. Ja, wie ist das denn, wenn jetzt Leute dich kennenlernen wollen, kann man sich schon bei dir bewerben oder ist das eher eine Zukunftsaussicht? Wenn wer wirklich interessiert ist, gerne einfach eine Bewerbung an info.goozie.de schreiben. Wieso hast du keinen Marktnamen? Ich finde einfach cool, dass du deinen Nachnamen als Marke nimmst. Das ist total schlau. Wie kam es dazu? Also mein Nachname ist eigentlich Guzian, also noch mit A-N am Ende und alle meine Kumpels haben mich irgendwie immer Guzzi genannt in der Schule und irgendwie war dann immer so mein Spitzname. Ich hieß überall Guzzi, hab mich irgendwann angefangen so vorzustellen und so wurde ein bisschen eine Marke raus. Ja, und jetzt mittlerweile gibt es schon T-Shirts und Cappies und die werden auch gut angenommen. Ja, absolut. Ja, wir sitzen hier gerade im Zoom-Call zu dritt und wir sehen auch, du trägst deine Cappy mit dem Namen drauf, als auch den Pulli. Das sieht sogar ziemlich cool aus. Ja, dankeschön. Wo hast du das designen lassen? Also, das Logo hat der liebe Tim Linke gemacht. Ah, Shoutout. Genau, das haben wir auf der Rückfahrt auf der Fähre von Schweden eben schnell gemacht und ja, ich habe einen guten privaten Drucker, der macht mir alles fertig. Das ist cool. Bist du ein Typ, der ein Guy für alles hat, ne? Einfach so, was ist das? Klamotten drucken, habe ich ja einen. Klar. Sehr schön. Cool. Ja, was geht denn jetzt gerade so bei dir? Du kommst jetzt auch gerade erst vom Dreh. Wir haben unseren Call hier ein bisschen nach hinten verschoben. Was für laufende Produktionen hast du? Kannst du da noch ein bisschen was erzählen? Heute hatten wir eine Produktion mit einem Fußballspieler für ein Fußballmagazin. ein Ex-Spieler und das Fußballmagazin beschäftigt sich damit, wie ist das Leben nach der Fußball-Profi-Karriere? Also, so wie bei uns eigentlich jetzt. Genau, richtig. Und das Magazin heißt, glaube ich, auch Live After Football. Live After Football, okay. Ja, und da haben wir heute Interviews gedreht und ein paar Bilder. Da gibt es ein ganzes Magazin für? Ja, habe ich heute auch erst erfahren und das wird quartalsweise rausgekommen. Okay, quartalsweise. Genau, richtig. Das betrifft ja jetzt nicht so Millionen Menschen. Also, du musst ja schon eine Profikarriere haben, damit dich das ernsthaft betrifft. Ja, genau. Das ist ja wie Sound & Recording. Das gibt es auch noch als Magazin. Ja, ja. Sehr schön. Das ist ja schon interessant. Sehr gut. Sehr gut. Haben wir hier schon Fußball gehört? Wahrscheinlich auch irgendwie Name. Musst du nicht Name-Dropping machen, wenn du nicht willst. Wir können nochmal zurückgehen. Okay, deswegen gehen wir nochmal jetzt zu einem älteren Projekt. Wir haben es vorhin angehauen, sagt man glaube ich, tangiert. Die Höhner, da hast du mitgedreht. Wie ist das denn passiert? Kennt auch jeder. Ich habe bei einem guten Kumpel, der auch Filmemacher ist, eine eigene Firma, hat einen Ton-Workshop gegeben für seine Angestellten und habe denen einfach mittags gezeigt, ey, das ist ein Pre-Amp, so funktioniert das alles, so kriegt ihr sauberen Ton raus und habt nachher nicht nur Rauschen und Hall. Und dann fragt er mich mittags, ja, mir ist gerade einer abgesprungen, kannst du eben noch mitkommen? Wir müssen jetzt einen Trailer für die nächste Höhner-Tour drehen. Und dann sind wir rübergefahren und haben den Trailer gedreht. Dann mit Kamera auf der Bühne den ganzen Abend und ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Sehr gut. Also auch einfach wieder so ein Connection-Ding. Genau, richtig. Ich weiß nicht, ob wir hier auch nochmal einen Exkurs machen können. Kurt, du hast doch auch schon mit den Höhnern zu tun gehabt, ne? Ja, also nicht mit allen. Ich habe mal so eine Karnevalsproduktion gemacht mitten im Verein, da kann ich glaube ich auch aus verschiedenen Gründen nicht so tiefer eingehen, aber tatsächlich war der Keyboarder von den Höhnern mal bei mir im Studio und hat mir Via Colonia eingespielt. Also den Micky kenne ich tatsächlich. Ja, ist verrückt. Der böse Mann hat mir auch erst mal das Mikrofon ins Gesicht gehalten auf der Bühne. Sehr gut. Aber der ist gut. Sehr gut. Ja, ja. Wir reden die ganze Zeit über Sachen, die gut laufen und wie du expandierst. Und wie die Sachen gut funktionieren. Das ist auch regelmäßig eine beliebte Rubrik bei uns zu fragen. Hattest du schon mal ein richtiges Fail, was du erzählen kannst? Ähm, so ein richtiges Fail? Ja, irgendwie Ton abgestört, Speicherkarte abgekackt oder zu langsam. Angel fallen lassen. Ähm, ja, da hatte ich sogar wirklich was. Ich hatte eine Produktion und ich kannte die Technik nicht und da muss ich auch sagen, bisschen naiv reingegangen. Und das hat halt dann alles nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und dann war auch mal eine Produktion, wo der Kunde danach nicht zu 100% happy war. Aber gut, man hat drüber geredet. Man ist zusammengekommen. Was hat denn nicht so funktioniert? Wir brauchen schon, wir müssen uns was geben. Ja, bisschen Fleisch. Ja, ähm, wir hatten Technik vom Kunden und Kabel hatten zum Teil Wackler. Ähm, PMs haben gerauscht wie Hölle. Und am Ende war ich dann noch zwei Tage in der Post-Production und hab neues Production gemacht. Geil. Und versucht, das alles zu retten. Hat dann funktioniert, aber man kann sich die Arbeit auch sparen. Ja, vor allem, wahrscheinlich kriegst du es. Also, aus 60% machst du halt nicht 100, ne? Vielleicht 80. Genau, richtig, richtig. Und was lernt man daraus? Eigenes Equipment anschaffen und zum Gig mitbringen wahrscheinlich. Auch richtig. Ja, oder dreimal prüfen. Okay. Äh, yo, was geht bei dir in der Zukunft? Wir sehen deine nächsten Monate. Ich meine, das Jahr ist ja fast rum. Oder hast du vielleicht schon Pläne fürs nächstes Jahr? Wir haben ja schon gehört, die lange Sicht ist ja, dass du Leute einstellst und so ein bisschen delegierst. Was geht demnächst so ab? Äh, ja, jetzt kommen erstmal ein paar Projekte. Die Doku wird weitergehen. Wir werden damit wahrscheinlich zwei Wochen nach Italien gehen. Nächstes Jahr wird dafür auch noch in den USA gedreht und eventuell noch England. Ähm, sonst ist mein Jahr noch recht offen. Äh, ich nehme es, wie es kommt. Versuche, mir wem ranzuholen, den ich als Praktikanten oder als, äh, Minijobber oder so mal auf Aufträge schicken kann, den ich mitnehmen kann und schaue, was passiert. Sehr gut, sehr gut. Klingt sehr gut. Bis auf die vorgelegte Mailadresse. Wie kann man dich denn erreichen, wenn man das möchte? Ähm, über Instagram, über die Mail und telefonisch. Dann, äh, können wir auch noch eine Standardfrage stellen, gegens Ende. Die ist immer ganz cool. Ähm, du hast jetzt schon so viel Szenen miterlebt und auch die Fuck-Ups gehabt, wir haben es gerade gehört. Hast du so einen allgemeinen Tipp, ähm, für Leute aus der Branche oder für Angehende, ähm, den du einfach so mitgeben kannst, was man mitbringen sollte? Also, gerade auch noch in der Studienzeit, geht auf so viele Produktionen, wie es irgendwie geht. Ähm, verkriecht euch nicht in der Uni, sondern geht raus, trefft euch auch mit anderen Unis, äh, macht Projekte zusammen und seid einfach am Start. Ob es Ton ist, ob es Film ist, ihr müsst bei den Produktionen sein, weil da lernt ihr am meisten. Und dann lernt ihr es auch, wie ihr es richtig macht und dass ihr es dann einfach machen könnt. Ja, stimmt. Und das habe ich, äh, das ist sogar mal was Neues, äh, sich mit anderen Unis treffen. Das habe ich so auch noch nie gehört jetzt. Gut, du wahrscheinlich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Ähm, hast du dich da mit Kölnern, äh, getroffen? Die haben ja auch oft hier im Podcast alle, ähm, und mit der, mit denen Studenten gearbeitet oder was hast du da gemacht? Ähm, also zum Teil mit anderen SAEler natürlich, äh, deutschlandweit, aber auch mit komplett anderen Unis. FH Dortmund hat einen großen Filmbereich, äh, Wuppertal. Und gerade in solchen Produktionen lernt man halt viele Connections, äh, und Leute kennen. Und dann ergeben sich Sachen, wie man rumkommt, wie man Sachen lernt und dann auf einmal zwei Wochen an der Ostsee dreht und einfach eine geile Zeit mit geilen Leuten hat. Auch wenn es nur Budget ist. Ja, erstens das und zweitens natürlich, man schaut über den Tellerrand hier raus, ne? Also. Genau, richtig. Das ist allgemein immer gut. Gut. Ich glaube, an dem Punkt bleibt uns nur noch ein dickes, dickes Dankeschön an dich, dass du in unserer Show warst. Ja, ich hab zu danken, dass ich da sein durfte. Absolut. Danke fürs Vorbeischneiden bei den Temperaturen. Ah! Sorry. Ja, ich bin auch fertig jetzt. Ich brauch Feierabend. Nee, wirklich cool. War, äh, cool, äh, einen Überblick zu erhalten über das, was du so tust. Und, ähm, wir packen alle Links in die Shownotes. Und, äh, ja, du kannst gerne nochmal in einem Jahr oder zwei wiederkommen und dann gucken wir mal, wie es läuft. Gerne, gerne. Perfekt. Alles klar. Danke dir gut. Danke, danke. Ciao. Ciao. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.